hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at centrock so ich habe glaube ich das rezept gefunden für wasser im mund nudeln gleich mal gucken forschungszentrum sehr gut forging machine sie war gerade mal gucken so wir brauchen einmal mehl einmal mehl einmal fleisch einmal rippenfleisch alfalfa see sein genau die pfeffermischung so was so kochtopf das war's nicht doch mal den wog vielleicht probieren wir jetzt noch mal das war's auch nicht dampf gara war's auch nicht mehl fleisch rippenfleisch und die pfeffermischung das war eigentlich das was wir brauchen und kochtopf eigentlich richtig mehl fleisch rippenfleisch eigentlich sollte das funktionieren hmm tja jetzt können wir mal mit oben nochmal reden ich habe immer mehr keine gesichte rezept tauschen tomatenrinderbrust erzähl mal mehr ok so da können wir gerade mal zum key gehen außer hier können wir auch kurz vorbeigucken was können wir denn hier eigentlich kaufen öffnet um acht gehen wir gerade zum key geben eine neue forschung in auftrag oder 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 Was ist dein Geheimnis? Unsere Fang und seine Machination sind hinter uns. Das ist der Bär, nicht wahr? Oh, hier ist er nicht. Da vielleicht? Da ist er. Morgen, mein Schatz. Morgen, meine Liebe. So, kriegst du noch ein Geschenk? Ja, deine Tauchkünste sind so gut. Könnten eigentlich mal... Das machen wir mal. Cool. Dann können wir hier zu dem Spielding gehen. Hier ist eine Kiste irgendwo. Ich finde, das ist so Hand in Hand. Das ist... Gefällt mir. Ja, machen wir. Normal. Das schützt sich denn gar nicht an. Das ist so ein Geschenk? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist du da? Jawoll! Sehr schön. So, dann gehen wir mal... ...an den See... ...plaudern da ein bisschen, dann können wir noch was essen gehen... ...hier wollte ich hin... ...so, genau, plaudern an der Oase. Geschenk... ...kriegst du einen Skorpion, die mag sie glaube ich auch. Ja, geht. Kompliment... Oh, danke! Aber, du weißt, ich bin nicht all das mit der Appearance. Ich bin eher eine gute Person, ich glaube. Ja... ...nach mal ein Kompliment machen. Oh, danke! Du weißt, um dir die Wahrheit zu erzählen... ...ich habe ich ein bisschen, was ich nach dir mache. Wir kamen hier zusammen, also ich wollte dich nie denken, dass ich mich nicht stehe. Es sieht, dass meine Efforte... ...ahmala, Entschuldigung... ...noch mal ein Kompliment. Du denkst so? Turi! Mach mal ein spätes Frühstück. Ja, wollen wir. Geschenk können wir nochmal geben. Äh... ...ja, kriegst du eine... ...die mag sie einfach. Das mag ich, ob du es... ...nach der Arbeit fragen... ...so, gehen wir noch essen... Ich weiß nie, was zu essen. Es gibt so viele Schwierigkeiten! Äh... Äh... ... ...Upssalat, Sanddattel, Milch... ...Tomaten, Eiersuppe noch immer... ...Sanddattel, Milch... ...Äh... ...Äh... ...Upssalat gibt's da wahrscheinlich... ...Blende Süß-Sauer... ...Upssalat... ...Upssalat... ...und Sanddattel, Milch... ...und Sanddattel, Milch... ...Perfekt... ...Haben wir, glaub ich, alles? ...Haben wir, glaub ich, alles? ... ...Haben wir, glaub ich, alles? ...Haben wir auch wieder ein... ...erfolgreiches Date... ...Ja, verabschieden können wir uns nur noch... ...So... ...Treffen der Engel... ...Okay... ...So... ...Dann wollte ich unten bei der Dings mal gucken... ...wegen Rezepten... ...if ich da was finde... ...Bei der Mabel... ...Oh, da hat sie Geburtstag... ...an... ...dem 6. des Winters... ...das erste Mal in Sandrock... ... Bin mit einem Jagdmüllwagen gefahren... ...und wer hätte gedacht, Cooper saß am Steuer... ...Er war an diesem Tag zu schüchtern... ...und mit mir zu reden... ...aber ich habe... ...sein hübsches Gesicht nicht vergessen... ...Okay... ...Rezept austauschen... ...Leckerei... ...Süßkartoffelkuchen... ...Okay... ...bring's mir bei... ...Was können wir hier kaufen... ...Mmm... ...Reittierpfeife... ...brauchen wir noch nicht... ...Verkaufen... ...Verkaufen... ...Okay... ...Sinnen sind nur... ...Gekochte Sachen... ...Kann aber hier gerade mal... ...Die da kaufen... ...Die brauchen wir immer mal wieder... ...Was kann ich hier verkaufen... ...Töpfe... ...Töpfe... ...Sehr gut... ...Und 10 Uhr 51... ...Dann kann ich hier gerade mal gucken... ...Ich hoffe der quatscht mich jetzt nicht wieder voll... ...Nee... ...Stahlplatten... ...Dann... ...Das weiß ich ja schon... ...Stahlschwert... ...Stahlsperr... ...Das weiß ich alles schon... ...Kann wir Töpfe verkaufen... ...Kann wir Töpfe verkaufen... ...Sehr gut... ...Bringt immer noch... ...Immerhin ein bisschen Geld... ...Ne... ...Starke Medizin... ...Kann wir auch noch ein bisschen mehr von machen... ...Kann wir auf jeden Fall... ...Nee... ...Dann nicht... ...Bringt Lebenspunkte... ...Okay... ...Nehmen wir hier einen Auftrag... ...Kochaufträge... ...Teeblätter... ...Kaffeebohnen... ...Großer Sandkarpfen... ...Drei Stück... ...Lieber Bauaufträge... ...Kunststoff... ...Oh... ...Veredler... ...Ein Veredler... ...Dann fertigen wir mal einen... ...Hai Elsie... ...Ein Veredler... ...Wenn du versuchen... ...ein wilde Jagmele... ...Never use the crack of a wick... ...It only riles them up... ...The trick... ...is to squat down... ...in front of them... ...Look them dead in the eye... ...and shout out... ...YEEHA! ...Wenn du mir... ...Try for yourself... ...Äh... ...Es kriegt einen... ...Regenbogenmedaillon... ...Äh... ...Äh... ...Stimmt... ...Ja... ...Sie mag das nicht... ...Stimmt... ...Stimmt... ...Na gut... ...So... ...Dann können wir... ...das Ding gerade mal... ...wieder... ...Einsammeln... ...Veredler brauchen wir... ...Eine Bronze Klinge... ...Okay... ...Die fertigen wir... ...Hier... ...Hier... ...So... ...Dann haben wir die auch fertig... ...Dann kann ich die nämlich... ...Gleich abgeben... ...Cool... ...Cool... ...Dann haben wir den Auftrag... ...Schon erledigt... ...Ko-Ko... ...Mala... ...Vielleicht machen wir dann... ...Grad noch einen zweiten... ...So... ...Auftrag... ...Aha... ...Schneller... ...Ich war so schnell... ...Wie es nur geht... ...Nicht schlecht... ...Bam nächsten Mal... ...Wir müssen schneller sein... ...Leuten... ...Ich habe einen Ruf zu wahren... ...Wenn wir so weitermachen... ...Wir wird niemand verstehen... ...Welche Fähigkeiten... ...Ich als Vorgesetzter besitze... ...Hm? ...Warum ich es nicht selbst mache... ...Das hört sich für mich an... ...Also würde ich die Autorität... ...Also würde ich die Autorität... ...In Frage stellen... ...Ich habe zu tun... ...Geh wieder an die Arbeit... ...Jaja... ...Ähm... ...Nach mal die Kunststoffdinger... ...Können wir direkt abliefern... ...Warm genug... ...Mmm... ...Achso das da oben... ...So... ...Einmal Aufträge... Danke... ...Schein brauchbar zu sein... ...Ähm... ...Bitte... So, dann haben wir die auch abgeschlossen. Und hier soll irgendwo Kiste sein. Da oben. Ja, um vier ist das. Hm, dann weiß ich nicht, wie ich die da runterkriege. Da ist auch nochmal einer. Und sich da von da oben runter springen wahrscheinlich, oder? Wo ist das Treffen mit Katuri? Das müsste hier sein, oder? Oder sehe ich das im Kalender? Im Spielezentrum, okay. Und das ist die Klinik. Hier ist das Spielezentrum. Jawohl. Oh mir, ja, ist auch dort. Also, lasst uns beginnen. Erstens, willkommen. Ihr könnt mich alle als Katuri kennen. Die Frau, die den goldenen Guss aufbaut, nur nach dem Peak seiner Erfolg. Aber heute, mit nur 15 Minuten deines Lebens, werde ich euch eine Idee geben, die ihr Leben verändern könnte. Das ist Jessminder. Die kann wieder kaum eine Investorin sein. Behold! Katuri World! A vast and unabridged cavalcade of merriment and amusement. An unparalleled brand of entertainment. As we all know, Sandrock was once a beacon of prosperity in the ocean of a desert that is the Eufaula. Of course, at that time, we were in the rather favorable position of middlemen. So to speak, tens of thousands of people would transfer through Sandrock and the Golden Goose was a favorite stop along the way for young and old. These days, however, well, I don't think it would be an understatement to say that this town could do with some revitalization. And so enter Katuri World to chase the clouds away and bring prosperity to Sandrock once more. How will I do it, you might ask? I will carry out the construction of a multidimensional, sensational, and all-around recreational set of entertainment facilities, including, but not limited to, a new and improved game center. Long before long, tourists will once again flock to Sandrock to view and partake of the exuberance that is the largest and most beautiful spot for entertainment in the free cities, Katuri World. Help make my dream our dream come true. Help make Katuri World a reality. Any questions? Hm? Was muss ich tun? Both you and me and can invest through labor. Provide construction services for my amusement and other facilities for the park. Then I grant you to a larger percentage of the profits. Builder work is essential to make this all happen. Uh, Pindaboy. Wonderful! That is great to hear. With such an esteemed builder backing the project, I think it's hard not to have faith. Questions? Anyone else? Hm. Wow. It all does sound like a lot of fun, but, well, I've been spending all my spare time at the moisture farm since we made that big discovery. I don't know if I can commit to something so big. But don't worry, you've already got the best. Uh, of course, of course. Can't have a foot in two boats. I wish you well on your endeavors. Uh, what about you, Mr. Owen? Thoughts? Questions? Concerns? Hmm, this plan, it's a pie in the sky, but as long as it might help Sandrock, I'm interested. And we'll be happy to get involved with the startup process. Uh, we can talk more once we really start seeing more tourists in town. Ahem. Mr. Owen, thank you very much. I can't say that I'm particularly impressed by your key performance indicators. Furthermore, I don't think there's much room for your market to scale up, given the potential demographics you have access to. For that reason, I'm out. Okay. Well, this ain't exactly rocket science, good doctor. Ahem. Director. Yes, Director. Well, there's also no reason we couldn't work in some kind of spaceship simulator. A replica of a launch center. Some other space thingy? It appears I've sorely miscalculated the potential of this venture. You will have my aid. Wonderful of you to reconsider, Director. Now, forgive me, as I have not been paying much attention for the last 15 minutes or so, mind was elsewhere. But I do believe I have the gist of it. And for that reason, I'm in. Elsie will appreciate this sort of rigamarole. Speaking of rigamarole, that reminds me how she needs to stop all the tomfoolery sending in for rigamarole and start learning how to be a proper lady. Y'all wouldn't believe how many times I've told her? Uh, yes. Yes, Cooper. Thank you for your interest. Perhaps we'd best move on for time's sake. Are you having fun, Jasmine? Kind of surprised you wanted me to take you to this, but, uh, well, do you understand everything thing Ms. Katori is saying? Of course, Uncle Hugo. I've read all about stuff like this. Katori is asking for angel investors, people who are willing to back her idea in exchange for a piece of the company. Oh. If Ann Katori does really well, we might get back ten times what we invest. Here, I brought five goals. I want to invest in Katori world. Ten to one, huh? Maybe I'll throw in some scratch too then. Yes, well, it's like they say, one can always depend on the heart of a child to make sound business decisions. It means so much to have everyone's support, and this is definitely a more the merrier type situation. Well, I think we've heard from everyone. Here seems like as good a place as any to end it. Thank you all for coming. Here's to our success. Here's to Katori world. Builder, once again, thank you for your support. Aber sicher doch. As a matter of fact, I've got something for you already. Game Center renovations. A new sign, a new game, more floor space, the whole nine yards. The expansion will just be gathering materials, but you know how it is. Heidi doesn't cut corners. She'll need stuff only experienced divers like you could track down. Once we've got the materials, she'll handle the rest, leaving the sign and new game machine. The new sign shouldn't be too much trouble, but this new game machine I got the diagram for, I'm no expert, but it looks like it's got some bells and whistles on it. But hey, nothing you can't handle, eh? You won't have no problem. That's what I like to hear. It's like Musa says in his 12 steps to success. You can only win if you believe you can win. All right, here are the diagrams. My hopes are that by expediting phase one, we'll garner some attention that'll lead to some profit for all of us right away. Once things take off, I can pay you double for this job. Er, probably. Hm. When you've got the materials, give them to me. I'll get Heidi to handle the expansion. When she's done, just install the sign and the machine. Thanks again for believing in me, Builder. I won't let you down. Gut. Müssen wir mal gucken, was brauchen wir noch einmal Hartholz dealen. Brauchen wir noch. Hartholz. Okay, das können wir sammeln. Versteinerte Holzstock. Boxmaschine. Okay, dann müssen wir erstmal Hartholz jetzt sammeln. Wo kriegen wir das? Das versteinerte Holz? Wo kann man denn das her? Hm. Hartholz dealen müssen wir machen. Okay. Können wir sägen. Aber wir brauchen natürlich Hartholz dafür. Ist echt überlegen, wo ich das Bruthol, oder das Eisenholz hergekriegt hab. was? What does? Ja. Ja. Ich bin das. Ich bin das. Ja. 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 Achso, ich habe auch ein Kilo, oder? Das ist alles Totholz, wo habe ich denn das Eis, das Steinertolz hergekriegt? Hm, war das eben in der Wüste? Das ist echt eine gute Frage, wo habe ich das denn hergekriegt? Da kriegen wir Holzreste. Wo habe ich das denn her? Das ist echt eine gute Frage, ne? Hm, geht jetzt schon so lange her, wo ich das... Ich habe es auch noch nebenbei mal irgendwo besorgt, aber ich weiß echt nicht mehr wo. Hm. Hm. Sollen wir hier mal gucken. Was ist das da drüben? Das sind Knochen. Das könnte solches Holz sein. Oder? Oder? Ist auch nur Totholz. Ja. Hm. Wo habe ich denn das Holz hergekriegt? Hmm. Hm. Du lässt mich hier in Ruhe. Da kriegen wir halt nur Knochen. Das ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Das ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Okay. Wo kriege ich das Totholz nochmal? Also das versteinerte Totholz nochmal her. Hm. Müssen wir echt mal gucken. Aber das machen wir nicht mehr heute. Heute beenden wir jetzt dann nämlich die Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir könnten noch gerade die Platten, die Hartholzdielen sägen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Hartholzdielen. So. Der kann noch arbeiten. Der kann auch noch arbeiten. Der kann auch noch arbeiten. Der kann auch noch das Stahlschrott machen. So. Damit beenden wir jetzt aber auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.